Hallo zusammen, Kamerakauf-Empfehlung 2020. Die letzte Empfehlung ist schon ein paar Monate her und es ist doch einiges gegangen und darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Zwei Teile. Erstmal so ein bisschen, was hat sich denn getan, seitdem in den letzten Monaten das Kamerakauf relevant wäre. Und dann gebe ich ein paar konkrete Empfehlungen auch für gerade so den Bereich unter 1000 Euro, weil darüber wird es dann auch ein bisschen anders. So, was hat sich getan? Verschiedene Sachen. Ich fange mal mit Canon an, auch wenn hier keine Canon liegt. Die liegt zu Hause. Folgende Sachen sind passiert. Zum einen, sie haben, das habe ich nicht so richtig erwartet, sie haben mehrere Kameras rausgebracht mit Spiegel, sowohl in der Profiliga als auch in der Einsteigerliga. Das heißt, sie geben öffentlich ihren Support dafür, Spiegel wird es noch eine Weile geben, was auch immer eine Weile heißt. Ich gehe nicht davon aus, dass da noch viele nachkommen, aber zumindest dieses Jahr sind noch mindestens zwei Kameras rausgekommen. Das heißt, alle, die halt schon kennen haben, gerade so die ganzen alten Einsteigerkameras oder Mittelkameras, können das weiter benutzen. Der Gebrauchtmarkt ist voll von Objektiven. Da komme ich mehrfach drauf heute. Objektive sind wichtiger als die Kamera. Und dementsprechend kann man da sehr günstig tolle Kameras kaufen. Die neue Einsteiger-Serie ist besser als die Profi-Serie vor ein paar Jahren. Das wollen wir nicht vergessen. Also wirklich ganz tolles Angebot bei Canon mit Spiegel. Ohne Spiegel haben sie zwei Schienen. Die M-Serie, das sind die kleinen, kompakten, so quasi so ein bisschen ähnlich wie die Sony hier in der Größe und so. Und da bin ich persönlich ja nicht so ein riesen Fan von, weil ich finde, die sind zu teuer für das, was sie bieten, aus diversen Gründen. Nichtsdestotrotz gibt es da eine Anhängerschaft von. Dann, so am Rande, wenn man bei Amazon mal guckt in die Verkaufscharts, so die Top 10 am meisten verkauften Kameras, ist da keine Canon dabei. Das sind acht Sony, es sind zwei Nikons oder eine Nikon und eine Panasonic oder sowas. Das war am Rande. Also Canon ist zumindest in Deutschland damit nicht sehr erfolgreich. Nichtsdestotrotz haben sie treue Anhänger damit. Die waren bislang meiner Meinung nach zu teuer und haben nicht das geboten, was ich gerne haben möchte bei so einer kleinen, spiegellosen Kamera. Das hat sich aber geändert mit Sigma. Sigma hat angefangen, jetzt habe ich keins hier, hat angefangen, ihre Objektive, gerade das 16, 30 und 56 Millimeter, dass ich, alle drei habe ich die für Sony und die gibt es jetzt neu ja auch für Canon, für Canon M. Und dadurch ist das M-System sehr viel attraktiver geworden, weil das sind drei fantastische Objektive und die Kameras sind ja nicht schlecht von Canon. Ich finde sie halt, wie gesagt, zu teuer, aber wenn man da eine der älteren nimmt, kann man da ganz tolle Schnäppchen machen und hat dann halt auch ein tolles Objektiv dafür. Das ist also durchaus eine Empfehlung. Und dann die spiegellose Vollformat-Serie. Die kennen ihr aus R. Die ist ja inzwischen auch schon ein bisschen älter. Und mein erster Eindruck damals war ja nicht so richtig gut. Dann habe ich es mir gekauft. Mein Eindruck ist ein bisschen so okayig gewesen. Aber seitdem ist sie ja deutlich im Preis gesunken. Preisleistung ist also sehr viel besser geworden. Und sie ist auch besser geworden durch Firmware-Updates, mehrere Firmware-Updates. Das letzte Update hat dann ja auch Gesichtserkennung endlich praktikabel gemacht, sodass sie auf Augenhöhe ist mit Sonys für einen halben Preis. Und von so her ist es jetzt inzwischen was, was man gut kaufen kann. Dazu eine Anekdote. Ein Freund von mir, der Ben Regge aus Hamburg, der wird im Zielfotomagazin Nacht, wird der mehrfach auftauchen. Und der hat das Cover geschossen und dann verloren. Und zwar war das so. Wir hatten zwei Fotos als Cover zur Auswahl, die fantastisch sind. Das von ihm und ein, das es jetzt geworden ist, halt das von der Anja. Und ich habe zwei Umfragen gemacht auf Facebook und auf YouTube. Und auf YouTube hat das eine gewonnen, auf Facebook hat das andere gewonnen. Und ich habe dann entschieden, wir nehmen das Bild vom Ben als Cover. Und dann hat die Susanne, die Designerin, das eingebaut und hat sie gemerkt, das funktioniert nicht. Er hat das quer gemacht auf der Canon 6D der alten. Und dann hat er es in Hochkant geschnitten. Und dann hat er so wenig Pixel gehabt. Und da sind relativ viele Details drauf, sodass man das sieht. Und die Susanne gesagt hat, das ist zu pixellig, das können wir nicht als Cover nehmen. Das entspricht nicht unserem Standard. Ja, es ist jetzt relativ speziell. Übrigens nebenbei, bei den allermeisten anderen Fotografie-Magazinen, wäre das kein Problem gewesen. Wir drucken höherwertiger. Wir drucken mit 400 Pixel und nicht mit 400 DPI und nicht mit 300 DPI. Wir drucken auf sehr hochwertigem Papier. Weil das Papier macht natürlich auch was aus. Und dementsprechend würde man es wirklich sehen. So, jetzt kommt's. Er hat sich inzwischen die Canon EOS R gekauft. Damit wäre das gegangen. Die hat 30 statt 20 Megapixel. Das hätte gereicht. Also da ist zum Beispiel technologischer Fortschritt tatsächlich. Es gibt eben mehr Puffer. Weil damals, als er vor Ort war, hat er gesagt, er will ein Querformat haben. Und hat dann nicht die Idee gehabt, das auch noch in Hochformat zu machen. Das hat er sogar gemacht, aber er ist später. Und dann war die magische Lichtstimmung weg. Das heißt, er hat nur dieses Querformat-Bild gehabt. Und das bietet technisch einfach nicht genug Reserve. Für Instagram, für Facebook und so weiter, auch für Quer-Druck, wäre das völlig ausreichend natürlich. Aber zuschneiden auf Hochformat, dann verliert man so viel, dass es in dem Fall nicht gereicht hätte. Eine ergänzende Anekdote dazu. Das Zielfotomagazin fotografieren in Harz und Elbsandstein. Das Cover ist mit der Sony X100 aufgenommen. Das haben wir damals, der Richard hat das gemacht. Der Richard und ich, wir haben beide nicht geschnallt. Wir haben da die Nikon D850, die ist auf dem Foto zu sehen. Die wäre ideal gewesen dafür. Wir haben beide nicht verstanden in dem Moment, dass es so ein tolles Foto ist, dass das das Cover wird. Das war auch Querformat. Wir haben es hochgeschnitten, 20 Megapixel. Der Unterschied ist folgender. Bei dem Bild von Ben, da sind viele Details drauf. Bei dem Bild von mir nicht. Da sind halt die Felsen drin und oben die Wolken und so weiter. Wenn die Wolken so ein bisschen pixellig sind, dann sieht man das nicht so. Auf dem Cover sieht man das ein bisschen an, wenn man ganz kritisch hinguckt. Aber man muss sehr kritisch hingucken. Und dazu kommt, weil da kein, wie sage ich das jetzt, wir haben gemogelt. Wir haben gephotoshoppt. Das ist ein Bild, da habe ich Pixel dazu gephotoshoppt, indem ich gesagt habe, der Himmel hat ja keine Struktur. Da nehme ich doch einfach ein paar Pixel dazu. Das heißt, ich habe das Bild gestreckt und dann den Himmel ein bisschen gestreckt und so weiter, sodass ich nachher eine größere Datei hatte mit mehr Pixeln. Weil da nichts war, an dem man das sieht. Und das sieht man tatsächlich nicht. So kann es gehen im Leben. Letzte Anekdote dazu. Wir drucken nächste Woche das Zielfotomagazin und wir drucken nächste Woche auch eine Beilage, die es dann bei Gearflix, wenn du bei Gearflix was leistest, dann wirst du künftig diese Beilage gratis dazukriegen. Und da ist das Cover von dem Ben drauf, weil das nicht so ganz, und zwar nicht das, was eigentlich da hätte sein sollen, sondern das Bild danach, das er hochkant gemacht hat, das nicht ganz so schön ist. Das wird da das Cover sein, so als Trostpflaster. Also er hat doch sein Cover gekriegt. Auflage ist gleich bei beiden. So, also soviel zum Thema Kamera, die Kamera macht kein bestes Foto. Die 6D oder die Canon ESR, das Foto wäre das gleiche gewesen vom Look her. Das wäre alles gleich gewesen. Aber einfach mehr Details. Ein bisschen mehr Puffe in den Farben, in den Tiefen und so weiter. Also mehr Dynamikumfang, weniger Rauschen und so weiter. Und halt einfach auch mehr Pixel, mehr Details. So, soviel zum Thema Canon. Nikon, hier liegt die, ich muss raufgucken, Z7. Ich muss raufgucken, das ist wichtig, weil die Nikon Z6 und Z7 sind quasi identisch, Bedienung und so weiter identisch. Und sie haben neu rausgebracht die Z50, das ist eine APS-C Kamera. Und auch die ist fast identisch. Das heißt, wenn man, und das ist halt super, wenn man eine Kamera von denen hat, und das haben ja ganz viele, eine Vollformat-Kamera und noch eine APS-C Kamera. Ganz viele Profis haben zwei Kameras, auch viele Hobbyfotografen haben zwei Kameras, eine große oder eine kleine. Und wenn die sich natürlich identisch bedienen, ich komme gleich auf Sony, das ist ja nicht so. Wenn sie sich identisch bedienen lassen, ist das natürlich, macht das Leben sehr viel einfacher. Und identisch heißt nicht identisch, aber sehr ähnlich. Mehrere Sachen, also Z50 ist rausgekommen, es fehlen aber noch lichtstarke Objektive dafür. Und Sigma zum Beispiel hat neulich ein Interview gemacht, in den Wiesner News von dieser Woche, habe ich darauf verwiesen, auf das Interview von Sigma. Da hat das CEO gesagt, sie unterstützen Nikon Z im Moment noch nicht, weil der Marktanteil noch nicht hoch genug ist. Weil sie müssen natürlich Entwicklungskosten da reinstellen. Und das rechnet sich erst auf einen gewissen Marktanteil. Das heißt, wenn Nikon erfolgreicher wird mit dem Z, wenn sie das einfach mehr durchsetzt, dann wird Sigma irgendwann aufspringen. Und dann haben wir ganz viele Sigma-Objektive hoffentlich. Aber das wird ein, zwei, drei Jahre dauern, das weiß ich nicht. Habe ich auch keinen Einfluss drauf, auch keine Insider. Nichtsdestotrotz, die Z-Serie als Vollformat-Serie ist fantastisch. Ist meiner Meinung nach aktuell die beste Vollformat-Serie. Ich arbeite mit der Z6 und Z7 für mein Handwerker-Projekt. Dafür ist sie perfekt, könnte gar nicht besser sein. Die beiden, oder meinetwegen zwei Z7, wenn man das Kleingeld hat. Mega gut. Identische Bedienung, halt viel Pixel, wenig Pixel, je nachdem, was ich haben möchte. Ganz, ganz tolle Objektive. Klein, kompakt und so weiter. Kann man sehr, sehr gut mit arbeiten. Liegt gut in der Hand, lässt sich top bedienen, hat einen Joystick etc. Alles, was ich haben möchte. Zum Fotografieren für ganz normale Fotografie. Jetzt ist die Z7 aber auch schon, die ist von 2017. Die ist auch schon drei Jahre alt langsam. Das heißt, da wird wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr ein Update kommen. Z7-S, Z8, keine Ahnung. Und die Frage ist natürlich, was wird die denn haben? Was fehlt mir denn bei der Z7? Eigentlich gar nichts. Das ist eine fantastische Kamera. Man kann sagen, Sportautofokus, der ist nicht so gut wie bei den alten Nikons. Das ist tatsächlich so, Sportautofokus. Und im Videomodus, das Audio ist nicht so richtig gut. Nikon hat erkannt, dass Video wichtig ist. Sie bringen ja Filmware-Updates mit Videofunktionen. Also kann man davon ausgehen, dass die Z7-S im Video irgendwas besser haben wird. 4K Slowmotion zum Beispiel. Besseres Audio hoffentlich. RAW in der Kamera. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also die werden sicherlich weiter auf Video setzen. Auf diese Kombination Foto-Video. Weil das immer wichtiger wird für ganz viele Profifotografen, die auch nebenbei ein bisschen filmen müssen. Ansonsten eine fantastische Kamera, mit der ich sehr zufrieden bin. Und wo eigentlich auch nicht wirklich was fehlt. Also für meine Arbeit bietet die genau das, was ich haben möchte. Deswegen arbeite ich ja damit. Ich habe die Auswahl. Mich filmt jetzt die A7R III von Sony. Die habe ich hier liegen. Ich habe alle Objektive dafür. Trotzdem nehme ich lieber die Z. Weil ich persönlich mit der Bedienung, komme ich gleich nochmal drauf, mit der Bedienung mich besser fühle, wohler fühle. Und in den Bildern sieht man es nachher nicht an. Wichtiger Punkt. So. Nikon. Kennen. Sony. Sony, das ist jetzt die, ich muss raufgucken, 6300. Schon ein bisschen älter. Es gibt die 6400, 6600. 6100 ist ein super Verkaufsflop. Zumindest in Deutschland, wenn man den Amazon-Charts glauben darf. Ist die 6100 noch nie irgendwie hoch gewesen. So abgespeckt und so. Komische Sache. Weil die 6400 ist ja meine Nummer 1 Empfehlung für so Familienfotos. Klein und trotzdem sehr leistungsfähig. 1, 2 gute Objektive dazu. Eine fantastische Kamera mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Sony. Die haben rausgebracht die A7R4 und die werden dieses Jahr rausbringen. Und zwar überfällig. Ich hätte gedacht, dass die im Februar kommt. Scheinbar nicht. Aber die wird demnächst kommen. Die haben vielleicht auch Probleme, weil in China ja alles im Moment so ein bisschen still steht. Also die A7R4 ohne R wird demnächst rauskommen. Und die wird das gleiche sein wie immer bei Sony. Nicht wird das gleiche sein wie die R4 mit weniger Megapixel und mit alles ein bisschen schlechter. Das heißt, es ist eine sehr, sehr leistungsfähige Kamera. Und die A7 III ist ja auch schon sehr, sehr leistungsfähig. Ob man denn die A4 braucht? Ja, also eigentlich nicht. Du wirst ja nicht, was die bieten soll, außer bessere Videofunktionen. Und da wird Sony, war da längere Zeit ganz, ganz viele Profis filmen mit Sony. Weil die halt so leistungsfähig ist in einem bezahlbaren kleinen Body. Und da werden sie weiter drauf setzen. Canon hat angekündigt, sie werden 4K Slowmotion bieten. Sony wird mit 4K Slowmotion kommen. Nikon wird mit 4K Slowmotion kommen. Fuji hat schon 4K Slowmotion. Also das wird natürlich alles ein bisschen kommen. Im APS-C Bereich bei Sony, die A7000, die legendäre, lang ersehnte. Ganz ehrlich, die 6400 bietet alles, was ich brauche. Die hat keinen Bildstabilisator. Die 6600 hat halt den Bildstabilisator. Was soll denn die 7000 noch können? Fällt mir nichts ein, was mir fehlt. Außer halt noch bessere Videofunktionen. Und ich glaube, das ist genau das. Sony und Nikon, die sind so gut, die werden im Video besser werden. Aber Foto, who cares? Die sind so gut. Ist dann gut, weil die alten günstiger werden, weil es die alten dann gebraucht gibt. Aber neue Funktionen fürs Fotografieren. Ja, so wie ein neues Auto irgendwie oder ein neues Handy oder so. Who cares? Nicht mehr im Sinne von, man braucht es, man kann damit irgendwas besser machen. Aber ich erwarte nicht, dass die A7000 dieses Jahr kommen. Die werden jetzt nächstes Jahr kommen, weil die haben letztes Jahr so viele Kameras rausgebracht. Die konzentrieren sich eher auf Objektive im Moment. Und da gibt es ja inzwischen eine Riesenauswahl, sowohl von Sony als auch von Tamron und Sigma. Da komme ich gleich nochmal drauf. So. Fuji. Das ist die X-T3. Fantastische Kamera. Ich glaube, Fuji ist ein bisschen speziell. Auch das Sigma-Interview. Sigma hat gesagt, sie würden gerne für Fuji Objektive machen. Aber Fuji öffnet ihre Schnittstellen nicht. Und deswegen ist es für Sigma zu teuer. Sie müssten das reverse-engineeren. Und das kostet natürlich sehr viel mehr, als wenn Fuji die Schnittstellen öffnen würde. API nennt man das in der Fachgenre. So, das machen sie also nicht. Weil die verdienen natürlich unheimlich gut an ihren Objektiven. Ist ja klar. Und sie bieten halt so als In-Sicht-System, was irgendwie, Look ist einheitlich. Das kleine Objektiv, das 35mm, 1,4, schickes Objektiv, das vom Look her halt total gut dazu passt. Und Fuji sind die einzigen, die, oder die, die das am besten hinkriegen, Spaß am Fotografieren. Ich bin Berufsfotograf, ich muss liefern. Aber ich bin auch Hobbyfotograf, ich habe auch Spaß am Fotografieren. Und ich bin auch Berufsfotograf aus Leidenschaft, ich habe auch Spaß am Fotografieren. Und ich arbeite mit der Nikon, weil die einfach genau das macht, was ich will. Die ist top zu bedienen und so weiter. Die macht genau das Arbeitstier. Die macht genau das, was ich will. Das, was Ken früher konnte mit der 5D zum Beispiel oder 6D. Und jetzt mit der EOS R meiner Meinung nach eben falsch macht. Das macht Nikon genau richtig. Und Fuji auch. Auf eine spezielle Weise. Das muss man ein bisschen mögen, weil die halt so komplett auf Retro setzen. Und das macht privat unheimlich viel Spaß. Beruflich finde ich das leistungsfähiger als das. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das sehen andere anders. Aber 7D hat auf jeden Fall Spaß, wenn ich so zu Hause auf dem Wohnzimmertisch sitze und überlege, ich will mal wieder fotografieren, mir fällt nichts ein und ich habe nichts mehr zu tun, als mit meiner Kamera rumzuspielen. Dann spiele ich mit der Fuji. Weil die mit weitem Abstand am schönsten ist. Und einfach so dieses, ich nehme die in die Hand und ich habe das Gefühl, ich bin ein richtiger Fotograf, weil die mir dieses Gefühl gibt. Und die gibt mir das Gefühl, ich bin zum Arbeiten hier. Deswegen arbeite ich damit und mit der spiele ich. Meine persönliche Meinung, das ist emotional. Das ist nicht der Informatiker in mir. Das ist der leidenschaftliche Fotograf in mir. So, jetzt machen wir so der Gesamtüberblick. Konkret, was sollst du denn konkret machen? Das habe ich schon immer gesagt, glaube ich, und sage ich jetzt hier nochmal. Als erstes, wenn du eine neue Kamera kaufst, erst überlegen, was hast du, was fehlt dir denn wirklich? Und dann als erstes über Objektive nachdenken. Wenn du, egal welche Kamera du hast, wenn du schon eine halbwegs vernünftige Kamera hast und keine guten Objektive, denk erstmal darüber nach, bei Ebay ein gebrauchtes, gutes Objektiv zu kaufen. Wird wahrscheinlich deine Fotos mehr beeinflussen als eine neue Kamera. Hängt ein bisschen davon ab, was du machst. Wenn du Sportaction machst bei wenig Licht, ja klar, dann ist eine neue Kamera wahrscheinlich, bringt es wahrscheinlich viel. Aber in fast allen anderen Fällen sind die Objektive wichtiger. Und da ist natürlich so, gerade jetzt die letzten ein, zwei, drei Jahre sind so viele tolle Objektive rausgekommen. Die Z-Objektive sind, also besser geht nicht. Besser geht nicht im Sinne von, es spielt keine Rolle mehr. Wenn die noch besser werden, ja, who cares? Das ist zum Beispiel das 35er 1.8. So, das ist 1.8, nicht 1.4. Wenn das 1.4 wäre, wäre es sehr viel größer und sehr viel teurer. Wäre das besser? Nein. Wie oft benutze ich das denn auf 1.4? Sehr viel öfter auf 1.8 oder mehr als auf 1.4. Und dann nehme ich lieber den günstigeren Preis und das kleinere Objektiv. Da kann man eine andere Meinung haben und ich habe diverse 1.4 Objektive zum Beispiel von Sigma. Aber die benutze ich auch sehr selten auf 1.4. Und klar, haben ist besser als brauchen. Von solchen Nuancen reden wir. 1.4 statt 1.8 und meinetwegen 1.2 statt 1.4. Das sieht nun wirklich niemand, sieht niemand mehr. Sieht niemand mehr, versprochen. Also, Nikon macht es richtig und Sigma macht es richtig. Sigma hat so den Vogel abgeschossen. Wenn du dir meine letzten Reviews, ich habe ja mehrere Reviews die letzten Monate gemacht zu Sigma-Objektiven und der Sebastian, mein Assistent und ich, wir haben jedes Mal irgendwie mit den Ohren geschlackert, was da rauskommt. Unglaublich, was da gegangen ist. Also, wie gesagt, besser spielt keine Rolle mehr. Das ist Sigma und das ist Nikon. Tamron geht in eine andere Schiene. Was die machen, auch sehr geschickt vom Marketing her oder aus BWL-Sicht, was die machen, die machen komische Zoom-Bereiche in 1728 statt 1635 und sagen, das ist ein Kompromiss, aber dadurch können sie sehr viel günstiger und kleiner sein. Weil dafür gibt es natürlich einen großen Markt. Es gibt einen sehr viel größeren Markt für günstigere Sachen als für teurere Sachen. Und ja, ein 1635-2.8 ist besser als ein 1728-2.8. Klar, aber es ist halt auch teurer und größer. Und kleiner ist es eventuell besser, weil man es mitnimmt. Also Tamron macht das sehr, sehr geschickt und die machen auch gute Objektive, die einfach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Sigma ist dann in der Regel deutlich besser und deutlich größer. Und das ist eventuell schlechter oder besser, je nachdem. Dazu eine Anekdote. Ich habe neulich den Podcast gemacht, wenn du ihn noch nicht gehört hast, Podcast mit der Ulla Lohmann. Und es wird die nächsten Monate noch eine Reihe Podcasts geben. Und da wird ein bisschen auf, das wird sich konsequent durchziehen, bin ich sicher. Weil ich weiß zum Beispiel, die Tanja Brand, die arbeitet mit Nikon und die hat die Nikon D850 mit den großen Objektiven. Hobbyfotografen wollen immer kleine Kameras haben und das verstehe ich auch, weil man als Hobbyfotograf die Kamera immer dabei haben möchte und dann nimmt man keine große Kamera mit. Ich als Berufsfotograf, wenn ich einen Auftrag habe, dann versuche ich die beste Kamera für den Job zu nehmen, wenn ich kann. Und dann ist mir die Größe egal. Das ist ein Unterschied. Weil ich werde dafür bezahlt, abzuliefern und eine große Kamera gibt mir mehr Möglichkeiten abzuliefern. Weil als Hobbyfotograf will man vor allem Spaß haben und will die Kamera dabei haben und will nicht zu viel Geld ausgeben. Andere Zielgruppe. So, also Tamron und Nikon, Tamron und Sigma machen das sehr, sehr richtig. Nikon macht das sehr richtig. Ken bringt auch sehr, 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 sehr gute Objektive raus, halt sehr viel teurer. Die gehen halt die Schiene so lichtstark und so extrem gut wie Sigma, aber sehr teuer. Das muss jeder ein bisschen selbst wissen. Ist halt nicht meine Preisklasse. Ich bin Fotograf, ich lebe vom Fotografieren und kann mir das nicht leisten. Was meiner Meinung nach falsch ist. Also entweder verdiene ich zu wenig oder die Objektive sind zu teuer. Wir können streiten, was davon stimmt. Also, denk erst über Objektive nach und eventuell einfach mal was ausleihen. Ich arbeite ja viel mit Gearflex zusammen, soll gar keine Werbung sein, aber du kannst dir halt einfach mal ein paar Objektive ausleihen. Und da weißt du ja, ob das wirklich was bringt oder nicht. Ist vielleicht günstiger, als das Falsches zu kaufen. Oder im Freundeskreis, im Fotoclub oder so. Und halt eben, da habe ich gesagt, überlegen, was genau fehlt dir denn eigentlich. Und dann wirst du so ein bisschen merken, wenn du ehrlich bist, dass zum Beispiel die X-T4, wenn die jetzt rauskommt, wahrscheinlich für dich nicht besser ist als die X-T3. Die X-T3 wird dann aber günstiger werden. Oder bei Fuji halt die X-T20, X-E3, wie auch immer. Und bei Sony genauso. Die 6000er Serie ist eventuell für dich völlig ausreichend. Du musst gar nicht die 7er Reihe nehmen. Oder nimmst halt das Vorserienmodell. Nimmst die A7 III statt die A7 IV, wenn die rauskommt. Wenn du noch nicht weißt, welche Kamera du nehmen sollst, im Sinne von welches System, dann geh halt mal einen großen Elektrohandel, geh halt mal in den Mediamarkt oder sowas und nimm mal die verschiedenen Kameras in die Hand. Und dann wirst du merken, so eine Nikon liegt halt viel besser in der Hand als eine Fuji ohne Griff. Und du hast halt hier größere Buttons und mehr Buttons und so weiter. Und das ist vielleicht sogar besser, als dass sie klein ist. Dafür ist die Fuji kleiner. Oder die Sony ist halt klein und fummelig zu bedienen. Die hat ein grausames Menü, mit weitem Abstand schlechteste Menü. Sie hat kein Touch und so. Dafür ist sie günstiger und es gibt gute Objektive dafür. Es gibt ja immer für und wieder. Meiner persönlichen Meinung nach, leistungsfähig sind die alle. Das nimmt sich nichts mehr im Sinne von ganz, ganz kleinen Nuancen. Und dann ist es hier ein bisschen besser und da ein bisschen Canon hat, ein bisschen bessere Hauttöne. Dafür hat Sony ein bisschen besseren Autofokus. Also Nuancen. Bedienung ist aber, wie sie ist. Das kannst du auch nicht ändern. Und die wird auch nicht mit dem Firmware-Update, wird die sich nicht ändern. Und mit besseren Objektiven wird die Bedienung nicht besser. Und das muss man ein bisschen mögen. Meiner Meinung nach hat Canon ist die einfachste Kamera zum Bedienen. Gerade für Einsteiger, aber auch für mich, der ich sehr, sehr viel Erfahrung mit allen Kameras habe, arbeite ich am liebsten mit Canon, was die Bedienung angeht, vom Menü und so weiter. Dafür ist die Nikon inzwischen besser, was so sonstige Bedienung angeht. Viel mehr Buttons, Joystick etc. Nuancen. Wir reden da von Nuancen. Und da muss man selbst ein bisschen entscheiden, womit fühlt man sich am wohlsten. Und ich fühle mich mit der Canon EOS R einfach nicht richtig wohl. Ich werde damit nicht warm. Gestern wieder damit gearbeitet und die knapp an die Wand geschmissen. Ich war richtig sauer. Und das habe ich bei der Nikon nie. Nie. Was die Bedienung angeht. Aber das ist meine persönliche Präferenz. Vielleicht gefällt dir Canon besser als Nikon in der Bedienung. Das ist völlig intuitiv auch. Aber das wäre so meine Schlussmessage. Schlussmessage. Zeit fürs Frühstück. Bauchentscheidung. Mach eine Bauchentscheidung. Und mach dir nicht ein Excel. Welche Kamera hat für das gleiche Geld mehr Features? Du würdest ja auch nicht ein Auto kaufen, in dem du ein Excel machst. Und du hast 20.000 Euro. Wo kriegst du am meisten ein Feature für deine 20.000 Euro? Sondern du fährst ein paar Autos Probe. Und sagst, oh ja, hier mit dem Skoda fühle ich mich richtig wohl. Oder hier mit dem Audi fühle ich mich richtig wohl. Oder was auch immer. So. Zweiter Teil. Konkrete Kaufempfehlung für unter 1.000 Euro. Ich habe es mehrfach schon gesagt. Sony A6400. Das ist meiner Meinung nach im Moment die leistungsfähige Allround-Kamera für Hobbyfotografen, für Familienfotografen. Du willst deine Kinder, deine Haustiere fotografieren. Der Augen-Auto-Focus ist in der Preisklasse, gibt es nichts Vergleichbares. Super gute Kameras. Wenn du viel filmen willst, dann halt eher die 6600 oder dann eher die Fuji. Die 6400 hat halt keinen Bildstolpesator. Das kann ein Thema sein. Aber eine A723, je nachdem ob du 4K oder nicht haben möchtest, kann auch eine Alternative sein. Vollformat oder APS-C. Das Wichtigste dabei ist so ein bisschen die Entscheidung, wie groß, wie klein soll sie sein. Nimmst du eine große Kamera mit oder nicht? Deines Vollformat dazwischen auf der gleichen Preislage, alte Vollformat-Kamera oder gebrauchte Vollformat-Kamera. Preislich nimmt sich das ja nichts mehr zu APS-C Kameras. Eine Vollformat-Kamera ist zum Beispiel günstiger. Du kennst den EOS R, kriegst du für weniger Geld. Ja, eher nicht, aber die AP kriegst du für weniger Geld als eine Sony A6600 oder sowas. So, also A6400 und dann ein, zwei Objektive dazu. Immer ein, zwei Objektive gleich dazu packen. Zumindest in den wahren Korb packen und einmal überlegen, macht das Sinn. Vollformat, habe ich gesagt. Arbeitstiere, bei mir, Z6, Z7 im Moment, gibt es meiner Meinung nach, kommt keine andere Kamera rein, was die Leistungsfähigkeit nur fürs Fotografieren angeht. Wenn du keine Sport-Action machst. Ist aber deutlich über 1000 Euro. Die Z50 ist halt brandneu. Ich fand, das war ein überraschend, siehe mein Review, ich habe ein Review gemacht. Überraschend gute Kamera, da habe ich so ein bisschen gedacht, ja, wie toll kann die sein. Aber die war tatsächlich überraschend gut. Fast, fast, fast auf Augenhöhe mit der Z6. Also so Nuancen unterscheiden sich. Wirklich gute Kamera, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber der Z6, halt deutlich günstiger. Und nur sehr wenig Abstriche, wenn du die guten Objektive dazu nimmst. Weil die KIT-Objektive, wie immer, so auch gut für KIT-Objektive, aber halt so ein bisschen okay ist. Kennen die EOS M, habe ich gesagt. M, vielleicht eine ältere M nehmen, M50 oder sowas. Und dann halt die Sigma-Objektive dazu. Oder wenn du schon Objektive hast, klar. Oder gebraucht halt ein paar Objektive dazu nehmen. Kann sehr charmant sein. Super einfach zu bedienen. Super klein, kann man gut mitnehmen. Man kann ein ganz kleines Objektiv draufpacken. Dann passt das bequem in die Jackentasche. Und wenn man was Größeres machen will, nimmt man halt ein großes Objektiv. Ja, Empfehlung. Ich persönlich ziehe die Sony vor, aber das ist persönliche Präferenz. Fuji muss man halt ein bisschen mögen. Mit Fuji muss man ein bisschen arbeiten und sich daran gewöhnen und sagen, ja, dieses Retro mag man oder mag man nicht. Und dann ist es eine Bauchentscheidung. Sony, Fuji, leistungsfähig sind die sehr, sehr, sehr ähnlich. Meiner Meinung nach hat Sony ein bisschen Nase vorne. Vor allem, weil es viel mehr Objektive gibt. Fuji-Lungs werden sagen, die Objektive sind aber besser. Ich sage, die sind... Muss man selbst ein bisschen wissen. Aber ja, eine X-T30 oder die X-E3. Warum nicht? Es muss ja nicht gleich die X-T3 sein. Um das noch kurz auszuführen. Das ist die X-E3. Und das ist die X... Man sieht es wahrscheinlich nur bedingt. Das ist die X-T3. Die ist deutlich kleiner. Das macht schon noch eine ganze Menge her. Die habe ich tatsächlich gekauft, um sie immer dabei zu haben. Weil sie so klein ist mit einem kleinen Objektiv, dass sie in die Jackentasche passt, dass man sich bequem umhängen kann. Und das habe ich tatsächlich viel gemacht. Das mache ich mit der X-T3 nicht. Die ist genau dieses Tick zu groß. Dieses Tick zu groß ist so schwer, dass man sich deren immer bewusst ist. Es geht natürlich nicht mehr in die Jackentasche. Aber Hüfttasche geht natürlich sehr gut. Umhängen kann man sich die auch sehr gut mit so einem Gurt. Ich mache es selten. Ich mache es wirklich sehr selten. Und mit der habe ich das dann dauernd gemacht. Aber seitdem ich die X-T3 habe, die ist so viel leistungsfähiger, vor allem auch was die Bedienung angeht, dass ich die X-E3 nicht mehr benutze. Weil wenn ich sie beide in Hand habe und sage, ich nehme eine mit, dann nehme ich doch die bessere mit. Und dann nehme ich sie nicht mit, weil ich sage, beim Rausgehen so, ach nee, komm, die ist zu schwer, nehme ich jetzt doch nicht mit. Wenn ich einfach nur so rumdödel, spazieren gehe und so und ich nehme meine Kamera mit. Was anderes ist, wie gesagt, für Auftragsarbeiten. Das wäre noch so eine Randbemerkung. Soll man warten, weil das werde ich auch mal wieder gefragt, sollen wir warten auf die Fotokina und so weiter? Dieses Jahr ist sicherlich ein bisschen speziell mit dem Coronavirus. Keiner weiß so richtig, was sich verzögert. Aber ich weiß aus Insider, dass Firmen Schwierigkeiten haben mit der Produktion, ich sage da keine Details, aber ich weiß aus Insider, dass es tatsächlich so ist, dass in China halt viele Büros geschlossen sind, dass viele Produktionsstätten stillstehen, dass die Leute auch teilweise zu Hause bleiben und nicht mehr in die Fabriken gehen, weil sie Angst haben. Oder die Familien sie nicht in die Fabriken gehen lassen, weil sie Angst haben. Also da steht sehr viel still und das wird wahrscheinlich auch Monate dauern, bis das alles wieder normal ist. Hoffentlich, hoffentlich bald. Also wegen den Menschen, nicht wegen den Kameras. Von so her ist es ein bisschen speziell dieses Jahr. Ich würde nicht auf irgendwas warten, weil die Kameras, ich habe es gesagt, alle so leistungsfähig sind. Ich persönlich, Schlusswort, ich persönlich, wenn jetzt Haus brennt ab, alles weg und so und ich kriege keinen Sponsor. Ist ja was anderes, wenn Nikon mich anruft und sagt, was sollen wir dir stellen? Und Sony ruft mich an, was sollen wir dir stellen? Aber wenn ich, ich selbst bezahlen müsste, ich müsste es selbst bezahlen und ich würde jetzt neu anfangen bei Null. Alles weg, kein Objektiv, kein gar nichts. Dann würde ich tatsächlich für meine Fotografie, die Z6, Z7, tatsächlich nehmen die beiden als Kombination mit den Objektiven. Und ich würde dediziert, aber bei mir ist es ein bisschen speziell, ich habe halt einen Kameramann, der Sebastian filmt mich. Und der braucht sowieso eine eigene Kamera. Wir warten auf die A7 IV und dann kriegt er die A7 IV und das ist dann seine Filmkamera oder die A7S, je nachdem was kommt. Und genau so würde ich das machen. Er kriegt die A7 III oder A4 halt mit dem 24-70. 24-70, mich filmt, das ist 24-70, benutzen wir das Sigma, benutzen wir all the time. All the time, ständig im Einsatz. 24-70 mit der A7 III zum Filmen und zum Fotografieren die Nikon mit der Nikon-Geschichte. Wenn ich jetzt privat wäre, ich stelle das Fotografieren ein, ich fotografiere nur noch privat, dann würde ich tatsächlich die 6.400 nehmen. Den Fotografieren oder 6.600, wenn ich auch öfter filme. 6.400 nehmen und dann halt tatsächlich mit den drei Sigma-Objektiven. 16, 30, 56. Was brauche ich denn noch privat? 70, 200. Ja, okay, vielleicht. Aber das ist dann schon wieder relativ teuer. 70, 200, 28 natürlich. Mega Objektiv. Ballen. Das wäre also meine Empfehlung, meine ganz persönliche. Wie gesagt, Fuji ein bisschen mehr Retro, Nikon ist der Arbeitstil, Sony bestes Preis-Leistungs-Verhältnis und die kennen so ein bisschen, rennt so ein bisschen hinterher, ist inzwischen aber auch einigermaßen wieder auf Augenhöhe. Sie können ja demnächst sogar Bildschleppisat, da munkelt man bei Vollformat. Alle anderen können das schon länger. Kleiner Seitenhieb am Ende. Ich mag kennen, ich mochte sie lange und ich weiß, viele meiner Freunde, die Arbeit mit kennen, sind sehr, sehr glücklich damit. Und ich bin mir sicher, die neue R5, Schlusswort, die neue R5, wird endlich wieder so sein, dass ich sage, ja, Mensch, hätten sie das nicht vor zwei Jahren rausbringen können, dann wäre ich bei Kenntin geblieben. Ich bin halt jetzt weg. Das ist halt jetzt so. Aber keine bösen Feelings. Und wenn Kenntin jetzt anrufen würde und sagen würde, sollen wir dir alles stellen, dann würde ich sehr entschwitzend kommen. Ob ich nicht sage, irgendwie, mit Kenntin bin ich groß geworden. Da hängen sehr viele Emotionen drin. Also, ich hoffe, das war interessant und hilfreich. Ich wünsche dir so oder so ganz viel Spaß mit deiner Fotografie. Und wie gesagt, mal bei Ebay shoppen nach einem schönen Objektiv. Bringt wahrscheinlich mehr. Und noch mehr bringt natürlich, um meine Videos zu gucken und dann umzusetzen, das Fotografieren. Weil mehr fotografieren und weniger shoppen bringt wahrscheinlich sogar noch mehr für deine Fotos. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.